Jett, wer hat Höhenangst? Das ist geil. Der Eli hat Höhenangst. Echt? Ja. Jett, wir sind 315 Leute. Wenn wir springen, bricht das dann? Ja, wenn du springst, brichst du hier. Ja. Wir gehen nicht wieder shoppen, oder? Nein. Wir gehen im Observation-Gag. Okay. Schwer, wenn du hier in irgendeinen Laden reingehst. Ich fetz dich. Ich fetz dich. Da gibt es noch einen Amusement Park. Gibt es einen Rutsch, in der ich stecken bleiben kann? Nein, das ist ein großer Wiesel. Jett, wir sind jetzt gerade im Erdgeschoss vom höchsten Gebäude Koreas. Und das ist das fünft höchste Gebäude der Welt. Nein, das ist morgen. Okay. Aber es ist hier gleich, gell? Es ist irgendein Flügel. Du kannst dich wieder fliegen. Hier steht niemand an, irgendwas stimmt nicht. Weil kein Koreaner herkommt. Nein, weil es schon dunkel ist. Wir sind gar nicht oben. Ach so, ja. Geh ich erst schütteln durch? Kommst du nicht mit? Halt die Fresse, oder? Ich hab den Fall gesagt, ich geh da bis drauf. Warte, warte. Sie zeigen mir, dass du das alles siehst. Dass es namensam machen sie sich. Ja, wie du siehst und nicht. Das ist gar nichts davon. Oder du siehst ihn. Wimpo International Airport. Ja, auch. Aber wir werden das für heute. Und dann ist das meins, gell? Ja. Hast du eine Karte bezahlt, oder was? Ja. Nein. Nicht genau. Mir ist so warm, ich glaube ich zieh meine Jacke aus. Wir fahren jetzt mit dem Aufzug in den, ich glaube 200 irgendwas Stock. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich kurz weg sein, okay? Ich sage euch nur Bescheid, das wird wahrscheinlich kurz ausfallen. Wir fahren jetzt auf das höchste Gebäude in Korea. Fünft höchstes Gebäude der Welt. Das ist kein Filmverbot. Also kein Filmverbot, ja? Ach shit, ich habe meine Pistole aber mit. Mon KW. Pogu LED. Kartenverdeck, das sehe ich nicht. So stelle ich mir vor, du kannst das schmecken. So muss es sein auf LSD zu sein. Was? Wieso nehmen wir einen Punkt? Keine Ahnung. Ja, dann machen wir ein Foto. Was passiert? Komm einfach her, machen wir einfach. Ich mache aber mit Stream, Stream sondern ein Foto drauf sein. Was? Okay. Okay. Was? Okay. 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 Oh man. Schau wie versmockt es ist. Schätzt ihr wie schlecht die Luft ist? Man sieht nichts. Hatte wer mir Angst? Das ist weil Henke so viel Shisha raucht. Ein enormes Stativ. Schon cooler. Ich weiß nicht was ihr seht, aber die Straßen sehen schon cool aus, aber es ist echt wenig. Da war New York cooler. Ja, weil die Nord-Down da nicht so weit ist. Schau wie viele Autos da vorne rechts fahren. Siehst du das, dieses Stream da? Da rechts da ist uhr der Stau. Wie ist jetzt am 118. Stockjet und es geht bis 123. Sind die Fenster, die haben irgendwas, oder? Nein, nein, es ist wirklich so versmockt. Nein, die Fenster haben was. Nein. Schatten, schatten, schatten. Nein, es ist so versmockt. Das war der Ur-Busch. Letztens wo ich im Hotel hier war, konnte man alles sehen. Aber man sieht unten im Glas eh nichts. Schau, sie sitzt da einfach. Jet, wer hat Höhenangst? Das ist geil. Der Eli hat Höhenangst. Echt? Ja. Jet, wir sind 315 Leute. Wenn wir springen, bricht das dann? Ja, wenn du springst, dann bist du hier. Schau mal, wie weit wir hochkommen. Was meinst du? Schau mal, wie weit wir durch die Rolltruppe gehen. Ach so, bis ganz rauf, glaube ich. Nein, in das 1-2-3-Lounge kommst du nicht hoch. Ist es ganz oben raus? Ja. Ich fange nicht. Ach, deswegen heißt es 1-2-3-Lounge. Weil es im 123. Stock ist, jetzt verstehe ich es. Okay. Was ist das da? Was? Ist es ein Fußballfeld? Ja, das ist Stadion. Nein, das ist kein Stadion. Das ist ein Fußballfeld. Nein, was ist das? Das ist ein Strommaster, oder? Nein, nein. Das ist doch schön. Nein, das ist doch schön. Fuck. So solltest du es auch schauen eigentlich? Touch. Touch. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, so solltest du es auch schauen. So solltest du es auch schauen? Instagram versus reality. Oh, ich kann mich bewegen. Ah, das ist schon feierfett. Fuck. Alter, was ist das für ein Blutsch jetzt? Hier geht es nicht, aber warte da nicht. Weil hier oben die Luft rein ist. Nein. Die Luft ist wie so rein. Also eigentlich trägt man hier die Masken wegen der schlechten Luftqualität. Ihr seht ja, wie viel Smog das da draußen ist. Aber, ähm. Die Koreaner haben so einen ... Warte mal. Achso, wir sind hier schon einen Stock drauf gefangen, gell? Deswegen ist das so. Oh, Chad, hier sieht es richtig geil aus. Hier soll runterrutschen. Gib ihm. Okay, nevermind. Oh, was ist das hier? Wie geil. Oha. Traum einfach. Ey, das ist das Waschmittel. Das da. Das war schon mal. Es ging nicht von ausdrücklich. Hier ist Schnee einfach. Kann man rausgehen? Nein, jetzt nicht. Ich hab jetzt weitergelebt. Echt? Wie du weißt? Ich hab's im Internet gelebt. Ich hab's im Internet gelebt. Siehst du? Zu Fuß runtergehen. Zu Fuß runtergehen? Mach mal. Ich hab's hier rausgehen? Ich hab den Filtermaß. Ich würd überhaupt gerne raus wollen. Hm? Was ist Filtermaß? Da rausgehen wäre Ur-cool gewesen. Kann ich mich drauf gehen oder nicht? Können wir drauf gehen, oder nicht? Kann ich noch mal sehen? Ich hab's schon. Also geht's mit nichts. Soll ich einmal probieren? 129 da? Ja, da dürfen wir eigentlich noch, oder? Machen wir einfach, oder? Ich würd uhr gern raus, wirklich. Es liegt überall Schnee, einfach. Schau, hier hat's sogar geregnet. Nur schade. Wir dürfen fix noch rauf. Schau, da oben ist nur der Shop. Schau, hier ist Weihnachtsbaum. Ah, da musst du zahlen dafür. Was? Man kann die Farben einstellen? Blau. Ah, cool. Ja, hier gibt's nichts mehr. Gehen wir? Ich glaub hier, das war's, hier gibt's nichts mehr. Ja, wenn ihr nicht fragt, wie's war, dann müsst ihr alles schreiben. Es war extrem cool. Hast du's verpasst? Es war echt cool. Man hat so richtig gut den Feinstock gesehen von oben. Man hat so richtig gut gesehen, wie versmockt das ist. Was? Oh, das hat sich grad hingesetzt. Oh, das hat sich grad hingesetzt. Das hat sich grad Jan. Machina.